Heinrich Schliemann, weltberühmter Entdecker von Droja. Am 6. Januar wäre er 200 Jahre alt geworden. Geboren wurde er in einem Pfarrhaus in Neubuko. An diesem Nachfolgebau erinnert heute eine Gedenktafel an ihn. Und ganz in der Nähe, im ehemaligen Rektorhaus, befindet sich die Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte. Hier können einige der Originalfunde aus Troja bewundert werden. Schätze aus einer Hochkultur um das Jahr 2500 vor Christi. Für Museumsleiterin Katja Winger ist es traurig, dass all dies pandemiebedingt derzeit nicht von der Öffentlichkeit bewundert werden kann. Schließlich ist Schliemann der wohl bekannteste Mecklenburger. Natürlich das Verdienst, das er Troja gefunden hat. Also die ganzen Geschichten über den Trojanischen Krieg hat er natürlich gekannt und ist mit diesem Wissen losgegangen und hat dann ausgegraben und lokalisiert, wo dieser Ort gewesen sein kann. Ansonsten war er ja auch in Griechenland sehr aktiv, unter anderem, also auch in anderen Mittelmeerländern. Und in Griechenland gilt er als der Vater der mykänischen Archäologie, denn dort hat er praktisch ein Jahrtausend griechischer Geschichte ans Licht gebracht, von dem vorher nichts bekannt war. Also auch unter anderem die goldene Maske des Agamemnon, von der wir hier auch eine Kopie haben. Schliemanns Leben war nicht einfach, doch als international agierender Kaufmann und vielfacher Millionär konnte er sich schließlich seinen Kindheitstraum erfüllen und mit seinen Ausgrabungen beweisen, dass es Troja, wie es der griechische Dichter Homer beschreibt, tatsächlich gab. Doch nicht nur darüber informieren zahlreiche Schautafeln. Sie beleuchten auch die Zeit der Ausgrabungen bei der Burganlage von Mykene, dem einstigen Stammsitz des Anführers der Griechen, Agamemnon. Die fundierte inhaltliche Ausgestaltung ist dem Archäologen und langjährigen Professor der Universität Rostock, Konrad Zimmermann, zu verdanken. Die Gedenkstätte gibt es im Wesentlichen seit 1972, also seit seinem 150. Geburtstag. Das heißt, wir feiern jetzt auch bald 50. Geburtstag der Gedenkstätte und waren sozusagen die Ersten, die ein Museum für Schliemann aufgebaut haben hier vor Ort. Die nun offizielle Schliemannstadt Neubuko hat lange gehofft, dass zumindest das Jubiläumsprogramm zum 200. Geburtstag des Entdeckers am 6. Januar stattfinden kann. Eine große Sonderausstellung war geplant, ebenso multimediale Ergänzungen der Dauerausstellung. Katja Winger hat viel Zeit in die Vorbereitungen investiert, doch nun kam die pandemiebedingte Absage. Trotzdem soll am 6. Januar im kleinen Rahmen der besonderen Leistungen Schliemanns gedacht werden. Wann die Gedenkstätte wieder für Besucher öffnen kann, steht leider noch nicht fest.